Oha, es gibt ein Player-Pick, FIFA-World-Cup-Icon-Player-Pick. Habe ich auch noch nicht gesehen. Na, Mann, der muss direkt durchballern. Der muss direkt durchballern. Ich bin mal gespannt. Ah, Icon. Ach so, das World-Cup-Icon. Ich dachte, Hero, okay. Oh, das ist aber ekelhaft. F in den Chat. World-Cup-Icon-Player-Pick und du ziehst Alpha dreimal Müll.